Wie viel Variante hast du eigentlich? Ähm, weiß gar nicht, mit was startet man? Dicke, hast du grad echt bei mir gewordet? Ich fick dein Leben. Ich würde ja nicht, dass du mich invadest. Dicke, also mich invaden würde ich. Ja, Vicky. Dicke, auch wenn mir rollmäh dich. Dicke, du bist weg. Dicke, du bist du. Nein! Nein! Ja, das war mir. Wie viel kommt. Ich kann meine zwei nicht mehr aktivieren. Was ist das, Bruder? Bruder, ich habe Max. Oh, mein Gott, wo er sich glaubt. Oh, Bruder. Nein! 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 Wie hast du mich getroffen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Alter, dein fucking Minion hat dich gerettet und... Nein, Mann. Wie hab ich dich getroffen? Zum Hochdashen, Alter. Ach so, wenn du nach der 2 direkt... Ja, genau. Aber ich dachte, ich habe mich schnell genug umgedreht. Ach so. Ich habe das eigentlich schon erwartet. Wo ist Dino? Wieso ist der Afka? Weiß nicht. Ah, der hat vielleicht wieder einen Internet-Crash. Was? Ach, du hast... Dings gut. Okay. Ich habe gerade schon gewundert. Wo kommt der? Der... 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 Aber der streamt doch. Das kann nicht sein, dass er einen Discollect hat. Komisch. Weiß nicht. Obwohl der hat gemeint, um vier morgens immer kackt sein Internet-Arbeiter. what?! Du hast deine 2 mit deiner 2 gekontert? Ichte,getzt hast du gerade deine 2 ? Ich habe dort gerade richtig? Genau vorher gedrückt, aber du hast wahrscheinlich... Gleikhzeitlich gedrückt. Aber ich hätte dich auch einfach holten sollen. Ich wollte gerade sagen, dass ich durch DJ-Jump bin hätte ich mich holten sollen. Jaja... ��... Okay, danke echt. Okay, jetzt fängt die Snowball-Scheiße an, Bruder. Ja, ich hab jetzt eigentlich schon fast verloren. Ah, meine zwei, ich hab noch keinen Cooldown. Doch. Ein, one second. One second. One second. Aber gut, Razor ist von dir weg, ist okay, ist okay. Ja, das ist okay, Alter. Da, 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 da. Pflicka, wo ist Dino hin, Alter? Es kann nicht sein, dass der Disconnect hat, der ist ja nicht mehr mehr da. Hm. Hm. Was? Okay, ich drehm mich eigentlich immer um, aber ich drehm mich nicht um. Ich glaub, dass die Zeit reicht gar nicht dafür. Na doch, bei dir hat's ja auch gerade gereicht. Ach so, ja, schon mal wieder. Also, normalerweise geht das auch. Hm, vielleicht bin ich auch einfach krabbelst, bitte. Vielleicht bin ich auch mal am Haken. Vielleicht bin ich ein Hacker. Nein. Uff, Bruder, da warst du gierig. Bruder. Bruder. Wirst du jetzt einfach backen sollen. Ja. Ich hab so weh gedacht. Du hast jetzt Hardcore Geld dafür bekommen. Ja. Das war's. Okay, das blockt, wenn du es kurz früher machst, blockt das die zwei, weil der halt über ihn, über ihn, schräg, 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 springt. Ah, okay. Gut ist es. Es ist immer der, der als erstes drückt, kriegt den und du musst dann als zweiter noch mal darauf warten. Achso, da musst du, ach stimmt, 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 ich musste grad noch mal lauter weg machen, dann. Ja. Ja, gut zu wissen. Oh mein Gott, gut, ich hau ab alle. Hör auf mich zu verfolgen. Ja, ich krieg dich eh nicht. Wir sind ja gleich schnell. Das war's eigentlich. Ja. 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 Agh ja. 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 Aber jetzt hätte ich es versuchen können. Ich vergesse es halt immer. Ein Phoenix gehört mir gut. Aber man hat halt auch nichts gesagt, oder? Ne, ich habe nichts gehört auf jeden Fall. Ja, okay. Doch, das ist auch so gefährlich. Aber warum? Ah gut, du hast halt drei Level Lead, ne? Ja, ja. Das ist das Problem. Und ich habe Crit, Rob. Hast du mich gecrittert schon? Ne, ich glaube nicht. Ich habe keine Ulti. Und? Was? Was? Bin ich getroffen. Null. Null. Kommen wir nicht so nah. Okay, du hast halt weggetan. Schade. Ich habe halt nichts ab. Ja, Mann. Du stirbst, Bro. Mach das nicht. Mach das nicht. Ich stirbst. Was machst du? Was? 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 Das hat eigentlich nicht gereicht. Das hat echt nicht gereicht. Gleich gedrückt, aber. Aber gut, ich habe es auf, vielleicht ist das der Unterschied, weil ich habe es auf Quickcast, dass ich es immer mal noch canceln kann. Ah, Quickcast dauert auch ein bisschen länger, ich glaube ganz kurz länger als Instagram auf jeden Fall, ja. Es kann sein, dass es vielleicht daran liegt. Ja. Ja. Weil ich habe es halt wirklich genau gedrückt, aber. Geh geh, Bruder! Geh geh! Geh geh! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fckt euch! Tja, tja! FDR! Untertitelung des ZDF, 2020